Moin, hier ist Mike, ich grüße dich, Big Player Pen, die Informationen über die Big Player und was sie richtig machen. Heute ist das Thema Service. Ich glaube, das ist nicht nur wichtig für Big Player, sondern allgemein in jedem Geschäft, in jedem Business, in jener Branche, Service, Dienstleistung. Wenn du jemanden hast, der sich wirklich um dich kümmert, deine Fragen beantwortet und du das Gefühl hast, er ist wirklich daran interessiert, was dein Problem ist und was du gerne gelöst haben möchtest und er dir den Service hundertprozentig gibt, dann wirst du dort wieder hingehen. Ich hatte mal auf einem anderen Video das Thema Aufmerksamkeit. Das solltest du dir auf jeden Fall auch mal anschauen, weil das gehört auch zusammen. Weil wenn jemand mit dir spricht oder dir eine Dienstleistung gibt, dir Service gibt, dann möchtest du das Gefühl haben, dass du wichtig bist. Und das bist du auch, vor allen Dingen, weil du hast ja ein Problem und erwartest diesen Service. Auch übrigens, wer hier das erste Mal dieses Video hört, ich komme aus Hamburg, das riecht gerade ziemlich heftig. Genau, aber nochmal zurück zum Service. Wenn du weißt, dass du da die Unterstützung bekommst, dann ist das so wie 50 bis 100 Prozent, dass du sagst, okay, das wirst du dort auch wieder machen. Umgekehrt ist es genauso, wenn du einen schlechten Service hast oder, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, du willst dich über deinen nächsten Handyvertrag informieren und die Person ist desinteressiert, unmotiviert. Und das ist dann schon mal, das geht dann gar nicht. Also, wenn du eine Dienstleistung anbietest, wenn du deinen Erfolg in Richtung, wo sehr viel Service mit bei ist oder überhaupt dieser Punkt, dann achte da drauf. Mach dich schlau, sei kompetent und liefer schnellen Service. Wenn du das machst, wirst du mehr und mehr und mehr Kunden haben, mehr und mehr Freunde haben, mehr und mehr Leute, die sich für das interessieren, was du machst. Ehrlich muss der Service sein, es darf nicht irgendwie aufgesetzt sein. Einfach ganz natürliches Interesse. Und ja, das wäre es dann auch schon. Dann sage ich an dieser Stelle Tschüss und denk dran, dir auch die anderen Videos anzuschauen, weil jeder einzelne Punkt für sich ist ein Key, den man braucht, um erfolgreich im Leben zu sein, um ein Big Player zu werden, um sich dann auch einen Big Player Pen besorgen zu können. Tschüss!